ARD Text im Auftrag von Funk Es will Jarko Nürmeler gegen den Münger. Er läuft hier ganz langsam an. Kleine Tricks. Und... Ah! Verschiesst! Gegen den Witwen. Wir nehmen das Ohr auf. Und... Und hier zeigt er seine Muskeln. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kann er auch mit einer gewissen Lockerheit auftreten. Ich habe das Gefühl, wie ich ihn kenne. Schiesst er. Und er trifft! Ja, schon schnell mit dem ersten Goal. Genau, er hat einen Penalti versenkt. Sehr schöne Art und Weise. Sicher auch ein guter Schütz. Und jetzt... Er hat hier immer den Kopf oben. Ja, Witwen gibt die Zeige! Witwen gewinnt es gegen den Ruhr um den Landsberg. Gegen Schweden und hat ihn versenkt. Er kann also mit Druck umgehen. Das kann auch ein Erlösungschlag sein für ihn. Ja, aber er verschiesst! Und eigentlich... Der Einzige, der jetzt ebensollt. Gegen Jonas Witwen. Dritte Penalti für Könitz. Chance zum Ausgleich. Er fängt auch früh an. Mit Hin und Her gehen. Ja. Und... Er versenkt der Penalti. Und zwar... Nicht einfaches Wir. Sondern... Das ist eine Totenstelle wie auf dem Friedhof. Das ist wahrscheinlich etwas von einem Golfspiel. Jetzt Kamenisch gegen München. Boah, München ist schnell da unten! Unpariert! Jonas Witwen. Mal schauen, ob der Witwen das hier wieder holen kann. Wülfrad scheitert mit dem Witwer und so wird alles wieder ausgeliechen. Ja, sag nichts. Ja, dann kann der Witwer nachher den Sieg festheben. Sonst muss man extrem zittern. Er läuft hier relativ seitlich an. Breyer macht das Goal. Und trifft zur Führung. Und er kommt. Kann der Witwer den Sieg festheben und die Serie verlängern? Nein! Münger macht er. Er rutscht ihn unter dem Arm durch. Es ist wieder die Totenstelle. Hartmann schüttert und Münger auch zum dritten Mal. Und somit... Das Spiel nimmt eine weitere Wende. Auch er hat vorher viel richtig gemacht und danach einfach das Goal nicht getroffen. Probiert er es noch mal auf die gleiche Variante. Nur mehr trifft! Und Alligator ist wieder in Führung. Der Münger ist wieder unter dem Armdruck. Diesmal bleibt es still. Münger ist abschlossen! Und die Alligator verlängert die Serie! Und die Serie! Die Serie! Und die Serie! Und die Serie! Und die Serie! Untertitelung des ZDF, 2020